Ich heiße Lucina. Ich habe drei Instant Change Anwendungen mit Elke Healer gemacht. Elke, ich habe mich super wohl bei dir gefühlt und bin ich dankbar, dass du mir das angeboten hast. Nach der ersten Anwendung, die Wirkung war sehr intensiv. In meinem Körper hat sich was getan, von Kopf bis Fuß. Das war unbeschreiblich schön. Seitdem meine Blockaden lösen sich nach und nach. Ich bin positiver an vielen Dingen. Ich habe mehr Geduld, Vertrauen zu mich selbst. Umgang mit meinem Leben ist komplett anders geworden. Es ist ein sehr schönes Gefühl, anderes zu sein, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, für mich hat sich was geöffnet und getan. Und dann weg gehe ich. Auf jeden Fall. Also, geniale Erfahrung. Und ich empfehle jedem, wer ohne Ängste und Blockaden leben will. Also, vielen herzlichen Dank nochmal an die Elke und vor allem an den Daniel. Herzlichen Dank und Tschüss. Musik